Warum, warum hat jetzt Alice ge... Alice, warum? Jo, Wifre Freunde, Wifres wieder am Start und wir spielen eine Runde Hexball mit Janik, Alice und mir. Hallo. Okay, gut, Alice sagt einfach nicht hallo, sie ist unfreundlich, dann würde ich aber sagen, beginnen wir mal. Oh, oh, ich kann das spiegelen. Alter, diese Steuerung fuckt mich immer ab. Ich nehme mir das Gefühl. Ein Robin ist neben mir! Junge Robin, was bist du? Okay, ein Special Guest, Robin. Das ist mein Zimmer, ne? Und dann tippt er mich so an. Wie in einem Horrorgame. Übrigens, ähm, es kommen auch bald vielleicht wieder Horrorgames. Ich muss gucken, was ich da mache. Fuck! Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. B-U-M. Es geht bis drei. Fünf Minuten haben wir. Alice hätte fast ein eigenes Tor schießen können. Können. Hat sie aber nicht. Hashtag können. Hashtag, äh, fails. Fuck, 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 fuck. Oh, sie versucht mich aufzudrängen, Alter. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt einfallen, dass wir nur noch 45 Sekunden, bis sie gewonnen hat. Schieß ein Tor! Bitte, 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 bitte. Sehr nice. So muss das sein. Alice sagt einfach gar nichts mehr, okay. Okay, wir dürfen jetzt, wir dürfen jetzt mauern. Alice? Die Zeit geht nicht voran, wenn du dich nicht bewegst. Hoch. Oh, oh. Nee, nee, nee. Nein! 2, 1, 2, 1, 2, 1. Wow, super Leistung. Ah, ja, okay. Oh, sie hat was gesagt. Schnell! Ich kann mich nur erinnern, wo wir zu 8, glaube ich, aufgenommen haben, war das uns einfach so heftig. Das waren 6. 6, aber wo es einfach mega heftig geleckt hat. Daran kann ich mich nur erinnern. Oh mein Gott, nein, das war nicht fair. Ich würde mal sagen. Einfach nein. Doch. Ähm, machen wir jetzt mal so. Dann machen wir so, ne? Gut. Dann machen wir noch eine Runde. Komm. Ja, komm. Ja, komm. Hast du dich ja bald? Nein. Achso, doch. Oh. Los, Alice, das schaffen wir. Nein. Immer, immer, Leute, immer mit Motivation rangehen. Denn wenn ihr nicht mein Minecraft-Motivations-Video geguckt habt, habt ihr was verpasst? Oh, fuck, ich hab, oh, fuck, nein, ich hab außerdem noch von Desktop grad gewechselt. Nein. Immer schön. Ja, ja, komm, Alice, komm, Alice. Ja, ich hab nur was richtig groß zu diesem kleinen Spielfeld. Was hast du dir da eingestellt? Tja, ich hab mal was Lustiges eingestellt. Ne. Doch. Fuck, 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 nein, 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 das Spiel ist so schnell vorbei. Was ist das? Bam, bam, bam. Alice, wir haben gewonnen. Ich hab so viel dazu beigetragen. Okay. Was ist das? Herzlich willkommen in der Hölle. Was ist das denn hier? Komm, ich will dir noch einen Sieg holen. Wenn ich jetzt einen Sieg einhole, hab ich alles gewonnen, ne? Nein, nein, nein. Hör jetzt auf. Hier, pass. Ich steh frei. Super, der Pass. Ja, was kann ich denn dafür, wenn er nicht fester stieß? Ey, ich hab super gesagt, das war doch gut. Achso, okay, entschuldigung. Ich dachte, das wäre wieder eronisch. Hier. Jawoll. Ich hab nichts gemacht. Ja, ja, ist okay. Ist okay, Janik, ist okay. Komm, beweg dich. Alice hat einfach Anstoß. Anstoß. Sie überlegt, was macht sie taktisch gut. Attacke. Ich bin heute richtig in Stimmung, weil ich ein sehr ausgedehntes Wochenende hatte. Was? Was? Mann! Na, tja, ne? Ah, ja, ja, ja. Ja, und die Menge schreit. Okay. Äh, was wollen wir jetzt noch spielen? Was, was, was wollt ihr jetzt noch? Wie wollt ihr das? Könnt ihr nochmal ein bisschen? Ja, aber mit welchen Team-Einteilung? Go! Ist das Ullas Ernst? Ulla, bist du jetzt da? Ja. Willst du kurz kommen? Einfach, einfach nein. Willst du kurz kommen? Äh, nee. Was? Nein. Ja gut, dann halt deine Klappe. Gut. Okay, ich werde die ganze Zeit angerufen und voll gespammt. Warte, 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 warte mal kurz. Ich muss mal kurz. Was? Das ist alles live, Leute. Das ist alles live. Soll ich annehmen? Nein, wir nehmen es nicht an. Wer ist das? Das ist, äh, Robin, äh, Lars. Ja, Wollah, das ist ne ganze Gruppe. Ich weiß. Da war, äh, Lars, Erik, äh, Robin Heichel und, äh, Dings, wie heißt der? Janiklas. Wer hat das gemacht? Ich weiß nicht. Okay, okay. Okay, Leute, äh, wir sind in einer weiteren. Oh, nev sheichel. Es leckt bei mir. Es leckt bei mir ein ganz klein wenig. Ich hab nur ein riesen Map rausgewählt. Ein bisschen vielleicht zu riesig, aber... Ja, was denkst du dir bei solchen Aktionen? Ich denk mir einfach nur so, Leute, mehr Legs, mehr Fun für... Es ist lustig. Komm, komm. Nein, das ist nicht lustig. Ich find's einfach raus. Das macht keinen Spaß. Oh, mein Gott, ich sieb gar nicht. Okay, es ist okay, Leute, es ist okay. Ja, endlich. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Alice? Okay. Wir machen jetzt noch eine einzelne Runde. Eine einzige Runde, okay. Werde ich sie nochmal begeben? Es legt ein ganz, ganz mini bisschen. Ganz, ganz wenig, ganz wenig. Nein, 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 nein. Oh, ich hab trotzdem eine Tau gemacht. Okay. Ich schieb's einfach mit Alice rein. Okay. Was? Warum, warum hat jetzt Alice ge... Alice, warum? Ernsthaft? Sie hat nur gelöftet, weil sie... Leute, ihr müsst dafür wissen. Ich hab mal... Ich hab grad eben noch GTA Online gespielt. Und ich hab gesagt, wir nehmen jetzt auf. Und dann war es eine halbe Stunde her. Und jetzt will Alice um den Tribute von Panem gucken, Alter. Magst du den Film Tribute von Panem eigentlich? Diese Aufnahme ist völlig versaut. Nein, ist sie nicht. Ich bin wohl auch nicht sicher. Ich find, ich find, ehrlich gesagt, gerade... Was? Ich find, ich find, ehrlich gesagt, ganz nice. Und wir machen jetzt einfach noch eine kleine Runde, weil... Die ehrlich gesagt, gerade... Und Alice hat einfach Fragezeichen geschrieben. Ja, ist mir jetzt auch egal, ne? Aber Max, Max, du den Film Tribute von Panem? Ich höre Julia. Hallo? Janik? Wie redest du gerade? Ich rede gerade mit dir, Janik. Ja, hätte ja auch sein können, dass du mit Julia redest. Ja, Julia redet aber nicht mit mir, weißt du? Und dann ist mir auch scheißig. Ihr müsst wissen, Julia ist auch mit im Call. Leider. Spaß. Nein, aber... Wie man das einfach hört, ne? Diese Bewegung, auf jeden Fall. Also magst du den Film Tribute von Panem? Ja. Ja? Ja, ist ganz okay. Also ich hab ihn mir nicht angeguckt, noch nie. Ja, dann... Das steht jetzt in den Fall. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, aber... Die Verarschung davon war... Also du... Ich hab mich prächtig totgelacht. Ich hab mich prächtig unterhalten gefühlt. Hab ich jetzt gewonnen? Ja, hast du. Ja. Easy. Okay, ähm, dann würde ich einfach sagen... Komm, Robin, komm, stopp! Der ist nicht auch die ganze Zeit, der wäre lustig. Der kommt in mein Zimmer rein und höre ich witzig, sich hiss. Boah, ist der dumm. Sag mal, hey, Robin. Ja, er ist jetzt wieder weggegangen. Okay, gut. Ist das jetzt auch gescheit? Egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, danke, Leute, fürs Zuschauen. Eine heute ein bisschen chaotische Runde, aber ich hoffe... Rute Schaufnahme, hab ich das Gefühl. Ja. Auf jeden Fall, äh... Ich hoffe, in den nächsten Wochen werden jetzt auch geregelt, äh, Videos kommen. Und nicht, dass Sonntag auch keine Videos mehr kommen. Sondern es wird jetzt auch immer dienstags, äh, donnerstags, freitags, samstags und sonntags ein Video geben. Yay! Ja, und dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da und, ähm, guckt, wenn ihr den Film Tribute von Panem und euch geguckt habt, guckt den einfach mal. Ich hab keine Ahnung, wie der ist. Oder schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie ihr ihn fandet, den Film. Auf jeden Fall, ich fand die verarschende Pute von Panem total lustig. Ähm, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gut.